Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Analyse-Video. Und holla die Hordenfee, was ist da denn wieder passiert? Wir sprechen über das 825-Final-Cinematic im wahrsten Sinne. Nicht nur von diesem Patch oder von dem Auftakt des Patches, sondern auch vom Finale der ganzen Kriegskampagne. Da das Ganze so brandfrisch ist, dass es auf Deutsch nicht mal verfügbar ist, weil wir noch Dienstag haben und nicht Mittwoch, wo wir natürlich unseren Patch-Day hier in der schönen EU haben, ist das Ganze auf Englisch. Aber die Sätze sind so stumpf und kurz und im Zweifelsfall kann ich es ja auch übersetzen, Kraft meines Englisch-Grundkurs-Abis, dass wir damit, glaube ich, ganz gut klarkommen werden. Wir fangen an, nachdem sich Horde und Allianz geeint haben. Nicht die ganze Horde, aber das, was vom Herzen der Horde, wenn wir es so nennen wollen, übrig ist, nämlich die Rebellen hinter Sauerfang, Bane, Thrall und Seppiboy. Das sind so die vermutlich mit prominentesten Vertreter. Aber auch der ein oder andere, den wir aus der Kriegskampagne und aus Interaktion mit Nathanaus und Koken ist dabei, Rexa tanzt zum Beispiel auch mit an. Ja, also alle, die nicht bei drei auf dem Baum waren, die konnten Sauerfang und Thrall hier gemeinsam einen, um jetzt mit nach Durotha zu marschieren vor die Tore Orgrimmas. Ja, das sind auch keine eisernen Sterne, das sind auch keine Skorpione. Wir müssen auch keine Angst haben vor Dunkelschamannen. Dennoch ist je Feuerpfote nicht mitgekommen. Der arme Panda, der, wenn wir zu langsam waren in M.O.P., ja das Zeitliche gesegnet hat. Und der versorgt Bane. Der ist nicht mit dabei, aber ansonsten haben wir alles in Rei und Glied. Auch die gesamte geeinte Streitkraft der Allianz hinter Anduin ist mitgekommen. Nur Tyrande nicht. Da erfahren wir im Vorfeld von Anduin selber, dass er Angst hat, denn er hat nichts von ihr gehört. Sie hat nicht geantwortet auf sein Gesuch und er fürchtet, dass die Rache sie jetzt völlig vereinnahmt hat. Also mal sehen, was da noch kommt mit Elun, Malfurion, Tyrande und Co. Ja, das ist das Startbild vom Cinematic. Wir haben natürlich Anduin Vryn, Sohn von Varian, ja in seiner schönen, schönen Löwenrüstung. Und wir haben natürlich unseren Sauerfang, dessen Gürtel ich sehr, sehr schön finde. Auch mit seiner Hordeninsignie. Die war ja aus dem alten Krieger-Cinematic-Kenn und natürlich unseren Thrall in so einer Mischung aus. Ja, ich war mal Welten-Schamane, bin jetzt Gladiator und so ein bisschen erkennt man auch die Frostwolf-Herkunft. Aber ich verrate mal einfach nicht, woran ist ein Suchbild. Und diese drei marschieren geradewegs mit einer großen geeinten Armee im Rücken auf die Tore Orgrimmas zu. Wir gucken mal rein und schauen, wie es weitergeht. Machen wir noch ein Stück leiser. Ich habe keine Ahnung, wie weit uns jetzt hier die Ohren wegfliegen oder auch nicht. Ja, die können wir eigentlich schon anhalten. Was ein Bild, oder? Was ein Bild. Orgrimma, Hordenbanner, klar, kennen wir. Ja, das verstärkte Tor. Wir sehen, es ist geschlossen. Selbst da ein Hordensymbol drauf. Und wir sehen jetzt hier sehr, sehr schön die Truppen von Allianz auf der rechten Seite und Horde auf der linken. Ganz so durchmischt dann doch nicht. Ja, und wir sehen auch hier und hier zum Beispiel Belagerungswaffen. Nicht unbedingt die Arzritbomber, die wir kennen, aber die sind eben wirklich bereit, hier jetzt die Tore quasi gemeinsam einzureißen. Und da blutet natürlich auch einem Sauerfang das Herz, wenn er die eigentliche Heimat zurückerobern muss, wenn man so möchte. Aber sie sind bereit, Freunde. Verrach, es ist Zeit. Und das war's. So der erste Moment, wo ich so ähnlich geguckt habe, wie der arme Thrall jetzt hier gerade. Ja, Sauerfang sieht natürlich genau das, was ich eben meinte. In Orgrimma ist natürlich auch eine Menge Horde. Ja, und zwar nicht nur Leute mit Bannern, sondern auch Leute mit Horde im Herzen. Ja, die fehlgeleitet sind. Die auch an ihre Treue appellieren, wie damals zum Beispiel der gute Nazgrim unter Garrosh, der ja dann auch einen Raid-Boss gestellt hat, obwohl er wusste, dass das alles nicht so rechtens ist, was hier zugeht. Aber seine Ehre hat ihn an seinen Kriegshäubling gebunden. Ja, und Sauerfang, der ist kein normaler Veteran. Das ist im Grunde Veteran sein Vater. Ja, der hat schon so viele Kriege mitgemacht. Also so viele Kriege gab's gar nicht, könnte man ja fast sagen. Das heißt, er kennt alle Schrecken. Und er weiß jetzt genau, nachdem Thrall jetzt auch nochmal sagte, Mensch, aber die hinter dir, wenn du jetzt zögerst, die sind bereit, mit ihrem Blut und ihrem Leben zu bezahlen, um das zurückzuholen, was du hier die ganze Zeit verkörpert hast. Wir können jetzt hier keinen Rückzieher machen. Wie würde das auch aussehen, ganz abgesehen von den tausenden Pfeilen, die sie dann in ihren Rücken hätten. Ja, und Sauerfang sagt dann, du hast eigentlich völlig recht. Und so ein bisschen Whitebeard-Style, ja, ist das eigentlich meine Ära, die ich jetzt hier erschaffen habe? Und vielleicht muss ich sie auch beenden. Und er verfolgt einen sehr, sehr gefährlichen Plan. Und bevor Sylvanas jetzt das Licht des Tages erblickt, Freunde, das ist eine Situation, da erinnere ich mich noch sehr genau. Und zwar, äh, letztes Jahr, glaube ich, haben wir nahezu permanent drüber gesprochen. Es kamen Leute in den Stream und sagten, Craft Diggy, was ist eigentlich, wenn Sauerfang oder Thrall nach Orgrimma marschiert und Sylvanas herausfordert? Und da habe ich gesagt, das wäre total bescheuert, weil die haben absolut keine Chance. Ja, der gute Thrall ist kein Welten-Schamane mehr, die Elemente hören nicht mehr auf den. Der hat in Legion sogar den Schicksalshammer verloren. Nicht nur, damit wir den als Verstärker, als Artefaktwaffe bekommen, sondern auch, weil die Elemente ihm eben nicht mehr gehörig waren. Der ist jetzt bestenfalls ein Gladiator, der seine größten Tage hinter sich hat. Und auch Sauerfang ist bestenfalls ein bisschen eingerosselt, ja. Und das wäre sehr, sehr dumm, wenn sie überhaupt hinkommen würden bis zu Sylvanas, bis zum Auktionshaus quasi. Ja, da sind sicherlich auch überall dunkle Waldläufer oder Nathanos selber riecht das und würde sie richten. Und dazu kommt, Sylvanas ist auch niemand, der sich an Regeln hält. Und dass die Gude vermutlich was Größeres im Auge hat, was über das Verständnis von Fraktionen und wer wird der nächste Kriegshäubling und so weiter weit hinaus geht. Darüber spekulieren wir ja auch schon eine ganze Weile. Und das kocht hier eben alles mit hoch. Nicht unbedingt immer direkt, aber man sieht es schon und man spürt es in jedem Schritt, ja. In jeder Faser, die hier wunderschön animiert ist, sieht man, dass hier irgendwie Veränderung in der Luft liegt. Und tatsächlich ist das Mako Raya ein Duell, ein orkisches Ehrenduell auf Leben und Tod. Ja, da hat ja auch der gute Kern, der Vater von Bane Bluetooth, sein Ende gefunden gegen Garrosh Hölschrei. Und eigentlich ist das so, dass vorher ein großes Tohuwabu, ja, ein großes Fest, wenn man so möchte, ein richtiges Event, wie so ein Sumo-Kampf, nur halt auf Leben und Tod. Und da werden vorher die Waffen gesalbt. Es gibt schöne traditionelle Lenden-Shorts, wie beim Ringen so ein bisschen, ja, wo man sich festsät und, ja, die Waffen werden gesalbt. Und auch bei Garrosh war das ja so, dass da nicht mit fairen Mitteln gekämpft wurde. Egal, ob Garrosh gegen Kern oder auch Garrosh gegen Thrall, dann in Nagrand so ein richtig traditionelles, wirkliches Mako Raya. Hatten wir, glaube ich, außerhalb von dem einen oder anderen Komiker auch schon länger nicht mehr. Und bei Garrosh hat die gute Magata Grimm-Totem, die seine Waffe eben traditionell salben wollte mit Ölen, das Ding einfach vergiftet, ja. Und dann zwei, drei Hits oder auch nur ein halber gegen Kern und der große Bulle ging in die Knie und konnte eben nicht mehr viel machen. Und, ja, Mako Raya, ein Ehrenduell, wie es im Buche steht. Und wenn das bei Garrosh und Magata schon so gut geklappt hat, dann müssen wir jetzt eigentlich nicht gut oder groß mutmaßen, wie es höchstwahrscheinlich mit Sylvanas aussehen wird, die ja sehr erpicht darauf ist, die orkische Zivilisation zu erfreuen und sich an den Traditionen der Horde zu bereichern. Und hier können wir eigentlich gleich nochmal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht nur eine Drohgeste ist. Ja, ich weiß nicht, wie viele von den dreien gerade wirklich auch auf die Hand geachtet haben, aber für uns ist sie natürlich nicht einfach nur random im Fokus, ja. Wir sehen, die schließt sich und da haben wir solche schönen schattenhaften Fäden drumherum. Und ich finde, Blizzard macht das ganz schön clever, denn aufgrund der Farbe, die wir überall haben, kann man sich nicht so ganz sicher sein, ist es jetzt tatsächlich die Leere, ist es was Nekrotisches, ist es der Tod, mit wem oder was ist Sylvanas im Bunde? Und da können wir so oder so nicht differenzieren, denn wir wissen, die hatte Xalataz. Besser noch, die hatte mit Xalataz ja eine Geheimmission mit Nathanos im Sinne, denn der Gute sollte sich in Nazjatar ja samt Dolch mit jemandem treffen. Na, und dazu vielleicht auch später noch mehr. Wir gucken erstmal, wie sich das Ganze jetzt entlädt. Warum sollte ich deine Herausforderung akzeptieren? Du willst mich zufangen machen. Ja, und Sauerfang weiß, was den Frauen gefällt, ne, denn sie soll ihn leiden lassen, oder? Sie will ihn leiden lassen, ja, sie möchte erstmal nur diesen Verräter, der ihr ja seit längerem ein Dorn im nicht vorhandenen Sack ist, ja. Und man sieht hier so ein kleines Lächeln von Sylvie, so hab ich immer auf Klassenfotos geschaut, ne, alle lächeln, da hinten auch, mhm, richtig Lust. Und sie hat ja auch das Banner nicht der Horde, sondern der Verlassenen mit dabei. Und wir sehen schon, dass sie jetzt nicht unbegeistert ist von dem Vorschlag, ja, und scheint sich natürlich auch darauf einzulassen, weil sie hätte ja auch von oben schon den Pfeil heruntersenden können. Von daher, mag Hurra, es sieht so aus, als geht es hier richtig in die vollen Züge. Ja, und auch Thrall hat in letzter Zeit anscheinend einige WGs für die Horde angemeldet, du kannst nicht gewinnen dieser Zeit, überall sind nur russische Gegner, die sind nicht zu besiegen, die Brüder und Schwestern. Und er gibt ihm jetzt auch seine Axt, na, denn Sauerfang macht sich natürlich auch bereit, sie überbrücken jetzt hier so ein bisschen das, was fürs traditionelle Makura natürlich fehlt, was ich angesprochen habe, Waffensalben und so weiter und so fort. Sivanas nimmt ihre schönen Dolche und Sauerfang macht sich eben bereit. Und an der Musik hat man schon so ein bisschen erkannt, es geht wirklich Richtung Abschied, ja. Er versucht sich jetzt hier zu opfern für die ganze Gruppe. Und ich sehe, dass ich schon wieder das Bette-Net nicht aus habe, Freunde. Ich kriege ja so einen Hals tatsächlich, wir hoffen einfach mal, dass sich keiner weiter einhört, bevor ich jetzt hier alle Fenster durcheinander werfe. Ja, es ist auch so eine Art Abschied. Sauerfang möchte jetzt hier quasi sich opfern, ja, um weiteres Blut auf beiden Seiten zu vergießen. Er möchte das wahre Gesicht des Kriegshäuptlings offenbaren, zeigen, wofür er kämpft und dass er dafür sterben würde. Und egal, ob er siegt oder verliert, es wird etwas bewirken. Aus seiner Sicht was hoffentlich Positives natürlich für alle und nicht für Sylvanas, die dann im Idealfall natürlich alleine dastehen würde. Wir gucken weiter. Und wir wissen, wo es könnte gehen. Ja, Anduin sieht sich so ein bisschen mitverantwortlich. Ne, ich hab dir diesen Weg gezeigt. Geh ihn auch mit mir zu Ende. Ja, zieh jetzt nicht den Schwanz ein. Wir machen das auf die Orkart und Weise. Und er bietet ihm nichts Geringeres als Chalamet, die legendäre Waffe seines Vaters an. Die hat einiges mitgemacht. Ja, auch die Teilung seines Vaters in zwei Hälften in den geisterhaften legendären Krieger Logosch und den schönen, adeligen Varian. Ja, deswegen die Klinge ist gleich mal mitgespalten worden. Kennen wir ja das Ding, kennen wir auch aus dem Legion Cinematic. Zweihänder oder Zweieinhänder. Ja, Varian, der bis dato einzige Krieger, der in Fight die Spezialisierung wechseln konnte. Sehr, sehr guter Mann und ja, Sauerfang zieht jetzt in die Schlacht mit den Waffen seiner beiden Waffenbrüder in diesem Moment. Let's it be finished. Wow, was für eine Szene. Zum einen nichts mit für die Horde oder für irgendwen und irgendwas, sondern lass es beenden. Ja, lass es zu Ende sein, lass es uns beenden. Er hofft eben wirklich darauf, jetzt hier ein Zeichen zu setzen, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, das ist der Sauerfang für die Ehre. Ja, für Ork-Blut und Ork-Donner und all diese schönen Sachen. Und wir sehen Sylvanas, wer die vielleicht unterschätzt hatte. Ach, so ein dünnes Elfchen. Wir sehen die ganze Zeit nichts von ihr. Nunathanaus gibt uns ein paar Quests. Ja, wir sehen, ich sag mal so, nicht jeder hätte so einen Schlag von Sauerfang aufhalten können. Ja, der gute Mann ist ein bisschen älter, aber seht euch diesen Oberarm an. Ja, das ist zweimal mein Oberschenkel, liebe Leute. Also, die gute Dame hat schon das ein oder andere Power-Up, auf das sie zurückgreifen kann und hätte diesen Kampf ja auch gar nicht erst eingehen müssen, wenn sie sich nicht sicher wäre, dass sie ihn gewinnen kann. Ja, man sollte Sauerfang nicht unterschätzen. Der ist nicht umsonst in einer Welt der Kriegskunst derart alt geworden. Aber Sylvanas ist eben auch nicht von schlechten Eltern. Und auch hier, oder auch in den Wunden und sämtlichen Slash- und Splash-Animationen sehen wir auch nicht das, was wir in jüngster Vergangenheit auch vom Untod gelernt haben, nämlich dieses grünliche, egal ob die neuen Animationen auf Insel-Expeditionen oder wenn wir den Lichtking besuchen mit der Bonsamdi-Quest-Reihe und so weiter und so fort. Dieses Geisterliche, dieses hellblaue, durchscheinige oder auch eben giftig-grünliche nahezu, das sehen wir nicht. Entweder ist das eine ganz andere Form der Nekromantie, des Untodes, Richtung Entweihen, wie wir es auch vom Lichtking oder unseren Todesritterfreunden kennen, oder dieses Lila ist nicht umsonst da und Xalatas hat wirklich das ein oder andere Zusatz-Power abgegeben. Wer weiß, mit welchen Mächten unsere noch Kriegshäuptling, so im Bunde ist Sauerfang, tut es auf jeden Fall alles andere als gut. Wer weiß, mit dir. Du kannst nicht töten, Hoppe. Du hast versucht, in Deldrassil. Du hast es nicht. Hoppe bleibt. Du hast uns zu töten, in Lordaerad. Du hast es nicht. Hier standen wir. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Die Horde wird es endurren. Die Horde ist stark. Ja, und ein Hehl. Und Sauerfang wirft Sylvanas jetzt alles entgegen, was er hat, wie zum Beispiel ich das Verlassen des Battle-Netzes. Auch das kommt manchmal vor. Ja, der gute Mann bringt alles vor, was sie in jüngster Vergangenheit getan hat, von Unterstadt bis Tedrasi und all solche Sachen in mal mehr, mal weniger metaphorisch-malerischer Art und Weise und sagt, alles, was du bisher gemacht hast, um uns zu brechen, uns zu entzweien und uns unserer Hoffnung zu berauben, du siehst, wir stehen immer noch hier. Und das nicht nur geeint, sondern in größerer Zahl als jemals zuvor. Logischerweise, weil geeint, aber muss man ja jetzt nicht stören, das schöne Bildchen mit solchen lustigen Logikansätzen. Oder? Wahnsinn. Ja, und dadurch schöpft er natürlich auch Kraft. Er hat in Seppi Boy, dem Vertreter der neuen Generation, die trotzdem das Feuer der Alten in sich trägt, da die letzte Motivation nochmal rausgezogen aus den Blicken. Ja, und er war sich sicher, alles, was er von Anfang an wusste, jetzt noch sicherer, alles, was jetzt hier passiert, wird das bringen, was ich wirklich nur erreichen kann, wenn ich jetzt nochmal aufstehe und mich eben in sie stürze für die Horde, für das, an was ich glaube. Die Hoffnung kannst du nicht töten, hat damals die Nachtelfe auch gesagt. Daraufhin hat Tedrasil gebrannt, aber selbst das hat nicht gereicht, um diese Hoffnung eben vollends zu zerstören. Die Horde ist nichts. Das ist ein Satz, auf den ich sehr lange warten musste, denn wir hatten immer wieder Diskussionen bei uns in den Kommentaren in Foren wie Streams und es gab zwei Lager, die einen meinen, Sevanas ist einfach böse, Garage 2.0, das hat nichts mit Story, alten Göttern, der Leere, das hat im Grunde nichts mit nichts zu tun, so nach dem Motto. Und ich sagte, nee, Sevanas, die denkt schon in größeren Sphären. Wir wissen von einer recht seltsamen Beziehung von Leere und Untut, äh, Untut vor allem, Untut tut selten gut, Leere und Untut. Begriffe wie Immunität zum Beispiel fliegen da immer wieder durch den Raum. Ich erinnere auch an den Windläufer-Comic mit den drei Schwestern, auch dazu haben wir natürlich eine Analyse in der Lore-Playlist. Und auch Aleria, ganz interessant, sagt, bevor wir uns nach Orgrimmar begeben und uns in diese Cinematic stürzen, dass wir Sevanas nicht töten sollten, denn nur sie hat eine Armee, die der Leere und den alten Göttern gegenübertreten kann. Also wenn das nicht eine relativ klare Ansage ist, die so oder so ähnlich sicherlich auch in der deutschen Synchro dann getroffen wird, also Vorsicht, Freunde, Vorsicht, Sevanas spielt ja eine Rolle in einem größeren Spiel, nur ob es wirklich ihr eigenes ist und bleibt. Das wissen wir noch nicht, aber die Reaktion im Folgenden repräsentiert durch diesen schönen Kollegen, der sowohl Banner als auch Waffen trägt, die Reaktion sprechen natürlich für sich. Ja, in Anbetracht dessen, was Sevanas verkörpert, für was sie kämpft, nämlich den Tod, den Untod, eine dieser kosmischen Kräfte gleichzusetzen mit Leere, Licht, Leben, Chaos, Ordnung, ja, und die entsprechenden Inkarnationen derer von Naru über alte Götter, wilde Götter, Titanen und so weiter und so fort. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sevanas durch wen oder warum auch immer, dass sie schon seit längerem in diesen Sphären denkt und unterwegs ist, ja, sie hat nie den Eindruck gemacht, jetzt hier für die Horde zu kämpfen. Sogar im Classic-Intro zu den Verlassenen heißt es ja, ein Zweckbündnis sind die Verlassenen eingegangen mit der Horde, weil wo sollten sie denn hin, mit wem sollten sie kämpfen, wer sollte ihnen helfen im Notfall? Und jetzt ist es tatsächlich so weit gekommen, dass sie es ausgesprochen hat. Jetzt wissen wir Bescheid, dass sie längst diese Sphären des sterblichen Denkens, des fraktionellen Denkens verlassen hat und das gibt uns natürlich ein bisschen Klarheit, aber hilft uns auch nicht weiter zu mutmaßen, wo es hingeht mit Silvanas. Wird sie aufsteigen, dient sie bereits der obersten Verkörperung des Todes, wie wir es bei der Lehre, die leeren Fürsten und so weiter haben, ist sie selber auf dem Weg, dieses oberste Übel, wenn wir im Diablo-Jargon bleiben, ist sie auf dem besten Weg, das selbst zu werden und so weiter und so fort. Was ist mit Vol'jin von Samdis Boss? Der Untod ist natürlich auf dem Vormarsch. Ich sage nur Derek und Kali ja. Überall, an allen Ecken und Kanten tropft der Untod langsam auf unsere Karten und wir müssen uns langsam besinnen und das tun unsere Anführer ja zum Glück, weil sowas wie Allianz und Horde, Kriegshäubling und Hochkönig und sowas, das spielt keine Rolle. Das wird bald keine Rolle mehr spielen. Ja, wir haben es in Legion bewiesen bekommen, da ist so ein Titan an unserer Welt, er haut sein Schwert da rein und dann ist Ende. Und dann ist egal, ob da jetzt Bane und Anduin unten Ringe rein mit Blumkränzen tanzen oder sich mit Arzirit-Maschinen irgendwie gegenseitig die Hucke vollhauen, dann ist einfach Ende. Und da müssen wir dringend was dran ändern an unserem Denken und darum ist Silvanas für mich auch, und das klingt sehr doof, aber eine Art Vorreiter dieses Denkens. Und sicherlich ist ihr Weg, den sie eingeschlagen hat, um Seelen zu sammeln, sich zu ermächtigen, den Untod zu nähern oder was auch immer, weit davon entfernt, dass moralisch und auch Beste richtige zu sein, aber vielleicht ist das letztendlich unser einziges Ticket, aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Denn, Freunde, wir haben einen entfesselten alten Gott auf unserer Welt. Das wird nicht gut ausgehen. Erstmal gucken, wie das Duell ausgeht. Ich schätze, wir haben da so eine Theorie. Ja, und auch das war wenig überraschend, wenn wir im Vorfeld schon Bingo gespielt hätten. Dann denke ich, dass viele auf Sauerfangs Ableben getippt hätten. Ja, und das erinnert mich sehr, sehr stark auch auf das, was wir im Film hatten oder anders erinnert es mich, was wir im Film hatten, Durotan gegen Gul'dan. Ja, das war auch so ein Makora-Kampf und das war ähnlich fair auch letztendlich. Mit den entsprechenden Energien und Fell und was nicht alles. Und er sieht auch ähnlich ausgemergelt und ausgeschmörgelt und was nicht alles hier aus. Sauerfang. Ja, bevor es jetzt auch noch zu knapp wurde, Silvanas natürlich auch in Rage. Ja, da ist der Enrage-Timer abgelaufen. Und demnach Sauerfang natürlich keine Chance. Genau das ist es, was ich vom Anfang angesagt habe. Ja, wenn Silvanas keine Lust mehr hat, dann wird sie sich auch nicht an irgendwelche Regeln und Rituale halten. Und wenn sie sieht, dass ihre Position, ihr Plan oder was auch immer in Gefahr ist, dann wird sie zum Mitteln greifen, die jenseits vom Ehrverständnis unserer lieben Orks sind. Ja, insofern war das wenig überraschend. Und wenn auch überraschend vom Timing her. Ja, Sauerfang sich gerade mit dem typischen, diesmal nicht für die Horde, für die Allianz, für Arzorot, zack. Und bevor er aussprechen konnte, weg war er auch schon. Und Silvanas hat gewonnen. Und mit diesem Ausgang haben, denke ich, so gut wie alle gerechnet. Ja, und da hören wir es jetzt eben auch, was ich eben zu beschreiben versucht habe, diese Ansicht. Ja, nämlich sie sieht ganz anders. Sie ist in ganz anderen Sphären der Existenz bereits unterwegs, was man vielleicht generell ist, wenn man als Untoter oder speziell als Benji-Queen wieder aufwacht irgendwann. Aber sie sieht eben die Soldaten hier und die geeinten Streitkräfte, die wir eben am Anfang der Analyse noch lobend hervorgehoben haben, die sieht die als Spielzeugsoldaten, als Bestien, die irgendwas von Ehre faseln, als hätte es eine Bedeutung. Also diese Dame, die ist schon drei Add-ons weiter gedanklich, wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt noch was sehr Schönes dazu. Standing as one. Ja, standing as one. Was hat es euch gebracht? Und diese Geste, Freunde, ich hätte fast gedacht, dass jetzt Sauerfang gleich aufsteht. Das erinnert mich sehr an GOT, der Nachtkönig. Also diese lustige Hommage, diese Anspielung konnten sie sich anscheinend nicht entgehen lassen. Und Sylvanas ist bereit, ihre Rede jetzt zu beenden. Ja, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Team Rocket lässt an dieser Stelle grüßen und weg ist sie. Wieder schön die dunkle Nebelform, wie auch in Unterstadt und zack, zerab, wird abgehauen. Ja, Sylvanas, das war ihr Auftritt, das war auch gleichzeitig ihr Abgang. Die Horde hat gesiegt irgendwie, aber wie so oft in BFA kann man so einen Sieg nicht richtig festmachen. Der Sieg ist bemessen an dem, was verloren wurde, auch nicht immer die totale Feierei. Feierei, was war das denn für ein Wort? Die totale Feierei im Anschluss, die lässt tatsächlich lange auf sich warten, denn Sauerfang hat diesen Sieg in dieser Form mit dem Leben bezahlt. Aber er hat eben wirklich das erreicht, was er wollte. Sylvanas hat ihr wahres Gesicht gezeigt und er hat seinen ehrhaften Kriegertod bekommen. Zwar nicht ehrhaft im Sinne des Makuras, aber er hat sich gerade geopfert. Er hat eben was erreicht für die Horde und er ist gestorben für das, was er eben verkörpert hat und was er letztendlich auch zeigen wollte. Ja, großartiger Abgang in diesem Sinne. Und Sylvanas, letzte Worte, nichts bleibt. Ja, oder auch anders gesagt, nichts wird ewig am Leben bleiben, wenn wir es so sagen wollen. Alles endet, ja. Der Tod kriegt euch alle. Das ist natürlich auch eine Phrase, die so oder so ähnlich immer wieder mal im Spiel auftaucht. Und weg ist sie. Starkes Szene. Auch hier nochmal Sekan aka Seppiboy mit dem Medaillon, ja, was ihr erster Anhaltspunkt damals noch auf der Mauer von Unterstadt war, als er das aus dem Feuer wieder entsprechend geklaut hat, wollte ich sagen. Dank Gottes Willen, nein, er hat es ja um, kann nicht weg sein, aber aus dem Feuer geholt hat und jetzt hier nochmal ein letzter Abschied von seinem Mann, kann ja fast sagen, Lehrmeister. Was machen wir jetzt? Wir bringen ihn zurück. Und auch das eine sehr symbolische Geste, denn alle ziehen jetzt hier, auch wenn es ein sehr blöder Bildausschnitt gerade ist, aber alle ziehen am selben Strang, alle schultern jetzt das, was Sauerfang, wie eben beschrieben, verkörpern, erreichen wollte. Genau diese Werte, diese Einstellungen, dieser Blick nach vorne, all das schultern sie hier zusammen. Egal welches Alter, Hautfarbe, Nippelfarbe, ja, Hauergröße und Geschlecht und Fraktion, völlig egal. Ja, sie ziehen jetzt hier an einem Strang und das ist natürlich das, was Sauerfang erreichen wollte und gleichzeitig ehren sie damit natürlich auch sein Opfer. Das kennt man auch gerade, diese Szene, ne? Wenn man gerade leckert und der Pulltimer eigentlich bei 1 steht und dann kann man noch gar nicht KR richtig ziehen und dann 3 Sekunden später mit Delay auf einmal, ja, ich bin auch da, ich bin auch da vorne, let's do this, Leroy Jenkins oder wie war das? Ja, die Verlassenen hat ja schon blöd genug geguckt, als Sylvanas dann meinte, ja, ihr hier mit eurer Horde, dass nicht alle hinter Sylvanas stehen, das wissen wir auch seit Before the Storm, ne, dass es da natürlich auch Annäherungstendenzen gab und wie gesagt, sie ist weit davon weg, jetzt hier fraktionell zu denken oder zu schauen, wie es jetzt dem Einzelnen oder irgendwie einer einzelnen Gruppe auch geht, ja, das können schöne Nebenerscheinungen sein, aber sie ist weit davon weg, jetzt hier sich um irgendwen zu kümmern, ja, und zu schauen, wie es jetzt hier mit Horde und Orgrimmar und den Trollen und den Verlassenen und so weiter eben weitergehen kann und wir haben am Blick und der Reaktion ihres Volkes auch gesehen, dass die selber auch nichts davon geahnt haben, ne? Die standen treu zu ihrer Benji Queen, ihre Benji Queen jetzt aber nicht so treu zu ihnen, ja, und dementsprechend erkennen sie jetzt hier, was es wirklich heißt, zu Horde zu gehören. Sie hätten jetzt auch weiterhin loyal zu Sylvanas stehen können, auch diese Tendenzen werden wir haben, aber eben nicht in dieser großen Zahl hier in diesem Moment. Nein, die haben gesehen, was Sauerfang, was Thrall, was Anduin verkörpern und haben wollten und das gefiel denen anscheinend im Sinne der Horde deutlich besser. Ganz abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist, hinter seinem Kriegshäubling zu stehen, wenn der sich gerade in einer Wolke verdünnisiert hat. Ja, Freunde, und das war's. Wahnsinnig cooles Cinematic, ja, war auch relativ unerwartet, was wir nicht im Vorfeld spekuliert haben, mit Angriff auf Sturmwind und ein Sors, Furorion, Schattenlande, wie immer, ja. Und wir haben nicht immer Nathanos jetzt dieser schönen Qualität gesehen, das ist auch sehr, sehr traurig. Wir werden im Folgenden natürlich noch vieles, vieles weiteres oder immer wieder dazu analysieren, ja, und immer wieder auch drauf zurückkommen. Ich behalte jetzt mal diesen schönen Blick nach vorn, im wahrsten Sinne des Wortes von Thrall hier, den behalte ich mal als Frame-Bildchen an dieser Stelle bei. Nein, denn es passiert natürlich im Folgenden auch einiges. Wir beerdigen Sauerfang, ja, es gibt eine schöne Rede, Horde und Allianz stehen Seite an Seite, wappnen sich für das, was kommt. Aber, aber, und das ist natürlich immer das, was wir auch vergessen und was wir uns hoffentlich spielerisch dann in den folgenden Tagen auch nochmal ingame gemeinsam ansehen werden, es gibt, wie eben angesprochen, immer noch untote, verlassene Hordenspieler, die auf der Seite von Sylvanas und Nathanos stehen. Und die kriegen im Folgenden, wenn sie bisher in der Kampagne sich immer für Nathanos und Sylvanas entschieden haben, immer Sauerfangs, Thrall und so weiter verraten haben am Ende, ja, die kriegen ja dann auch Bonusinformationen und Briefchen in Naziat da, wo wir das mit Nathanos und Xalatas und der Geheimmission und so weiter erfahren haben, dass Sylvanas all das plante. Und auch hiernach werden wir kontaktiert als loyal stehender Boy zur Banshee Queen von einer dunklen Waldläuferin und kriegen gesagt, Mensch, hier ist ein Ruhestein für dich, der führt dich in die Geisterlande, da wartet sie auf dich. Und wir benutzen den, kommen in die Geisterlande und treffen Sylvanas und Nathanos, der anscheinend seine eben angesprochene Mission erfolgreich abgeschlossen hat, an diesem Windläufer-Türmchen, wo wir auch mit Lortemar im Rahmen der Traditionsquests für die Blutelfen unterwegs sind. Ja, und Sylvanas haut auch da nochmal einige Sachen raus, ist freudig erregt, ja, dass doch alles irgendwie so geklappt hat, dass es weitergehen kann für ihren Plan. Sie hat das schon mit einberechtigt, sie freut sich auch, insofern sich Sylvanas freuen kann, die wie so eine Geburtstagsrede, ich freue mich, dass alle hier sind, ja, ist okay, dass wir da sind als Champion. Schön, dass der ein oder andere noch loyal ist, aber selbst wenn nicht, sie ist Sylvanas, sie macht das schon, ja, egal wie viele Hände und Leute hinter ihr stehen und ringen. Und sie sagt, dass es alles okay ist, was passiert ist. Das passt schon, ja, sollen die nur machen, diese miesen Sterblichen, so nach dem Motto, ja, sie ist schon, wie gesagt, völlig woanders gedanklich. Und sie sagt, auch die werden die Wahrheit erfahren, ja, die werden die Wahrheit erfahren, ihr Kampf oder der von ihr ausgelöste Kampf mit Atschara, das trägt langsam alles Früchte, was eben passiert ist, ja, von Absprachen, Deals, Geheimentreffen und eben letztendlich den Kämpfen, das wird alles demnächst Früchte tragen. Und jetzt kommt's, auch der Meister von Atschara, von dem Sylvanas wusste und vermutlich auch, dass wir den befreien werden, die gute Dame, die plant voraus, Hallöchen. Denn der Meister, der wird zwar jetzt im Folgenden die Straßen von Allianz und Horde mit weiteren Leichen pflastern, was nicht wirklich schlimm für Sylvanas ist, wie wir uns denken können, aber auch der wird dem Tod dienen. Sylvanas macht am Ende Ansage gegen besagten, entfesselten alten Gott, nämlich den guten Sos, den wir ja befreit haben am Ende von Nazjata, am Ende vom ewigen Palast. Das ist so grob zusammengefasst das, was wir mitbekommen, wenn wir eben die Verräterseite, ja gut, kann man eigentlich nicht sagen, ne, ist jetzt ganz schwierig, das ständig hier im Rahmen von BFA durcheinander zu werfen, aber das kriegen wir mit, wenn wir tatsächlich danach eben weiterhin Sylvanas treu bleiben. Sie sagt dann auch, sie will sich vorbereiten, ganz wichtig für uns, wenn wir sie das nächste Mal sehen, werden auch wir verstehen. Da warten wir jetzt seit Ende 2017 drauf, Freunde, so nach dem Motto. Schön, dass auch das mal fällt. Und ja, das ist soweit der Plan. Das ist der Plan. Auch er wird dem Tod dienen. Und Freunde, so schön, wie das alles ist und so schön, wie es ist in Anführungszeichen, dass wir jetzt hier mal die ein oder andere Storyline klarer dargestellt und auch beendet haben, was ja super ist an sich, auch wenn es vermutlich dem ein oder anderen nicht so gefällt, aber wir sind immer noch nicht ganz schlauer, wer jetzt Marionette und wer Puppenspieler ist. Ja, wir haben immer noch keine Ahnung, wie das ist mit dem Boss vom Womzandi, was auch immer das gerade für eine Aussprache war, da waren mindestens 20 Bs drin. Ja, wir wissen immer noch nicht, was mit Vol'jin und den Mächten hinter ihm ist. Wir wissen noch nicht genau, ist Sylvanas wirklich so krass, dass sie selbst nach dem Versagen von Azshara denkt, dass sie ein Sos irgendwie korrumpieren kann für sich. Ja, das ist ja eine große Korruption hier heute, Freunde. Da wird reichlich Kuro-Pakuriert, so heißt das dann richtig im Untoten-Jargon. Oder ist das letztendlich gar nicht ihr Masterplan, sondern auch der der alten Götter. Und sie tanzt eigentlich auch nur an Fäden von wem auch immer. Also, es wird nicht wirklich durchsichtiger. Aber jetzt hat es die Banshee Queen selber versprochen, dass es das beim nächsten Treffen wird, wann auch immer das sein wird. Und wenn nicht vorher Vol'jin und Co. noch weitere Fragen aufwerfen. Aber ja, liebe Leute, das war so die erste größere Schritt-bei-Schritt-Analyse. Es wird, wie gesagt, sicherlich immer auch in den nächsten Wochen noch einiges zu reden geben. Es wird sicherlich auch viele Streams geben, in denen wir durchaus drüber schnacken können. Und es wird sicherlich auch weiterhin viele Fragen und Fragezeichen geben. Ich bin mega gespannt, was in den folgenden Analysen auch von den lieben amerikanischen Kollegen und Co. Alles noch aufgedeckt wird, was für Fragen aufgegriffen werden. Und ob der gute Thrall sich irgendwann die Zähne putzt. All diese Fragen werden wir aufwerfen und beantworten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ich konnte mit diesem ersten Video eine... Ist das zweite Video? Es gab schon eine Reaction. Mit diesem zweiten Video einige wichtige Fragen klären und vielleicht auch neue aufwerfen. Dafür entschuldige ich mich natürlich wie immer in aller Form, ja, in aller Förmlichkeit. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Also es wird sich lohnen, auch nochmal während der Kampagne, während des Spielens mit dem ein oder anderen Charakter zu sprechen. Weil hier sind so viele Sachen, so viele Details und wieder so, so viele Möglichkeiten, dass ich vor Freude einfach nur kotzen möchte. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Shows!